Musik Quietschende Reifen, spannende Überholmanöver, Adrenalin pur. Mit der 10. Kart Trophy startete Ischgl vom 23. bis 26. Juni 2016 in den Sommer und präsentierte sich vier Tage lang als das Monte Carlo des Kart-Sports. Zahlreiche Promi-Teams und Hobbyfahrer bestritten einen 600 Meter langen Rundkurs, der mitten durch das Ischgler Ortszentrum führte. Ich bin zum zweiten Mal dabei, aber es ist ein Riesenspaß und es sind ein paar Skifahrer dabei. Die Umgebung ist auch perfekt und im Sommer kann man dann sowas schon mal machen. Die Kart Trophy sorgte einmal mehr für spektakuläres Formel-1-Feeling in Ischgl. Davon zeigte sich auch die zahlreich erschienene Prominenz aus Sport, Society und Fernsehen begeistert. Der Spaß ist einfach da, das ganze Wochenende ist wirklich urgeil. Ich bin halt eine, die auf der Geraden schon Vollgas gibt. Ischgl, der Ort, hat einfach was als Tiroler, muss man einfach da her und jetzt bei dem Wetter und auch das Rennfahren, also richtig jeder gibt alles und das kann man so mit Skifahren vergleichen, es ist weniger Druck natürlich, aber Adrenalin ist da, man will schnell sein, man will überholen und das macht richtig Spaß. Ischgl ist eigentlich ein Ort, den man ja eigentlich mit Wintersport verbindet und ich finde halt gerade so, dass man hier zeigt, dass man eben auch andere Sachen hier machen kann, ist natürlich super. Während die Damen beim Wildcat Race ihr Können bewiesen, kämpften die Herren in der sogenannten Lions Race Klasse um Bestzeiten. Um schnell zu sein, hatten sich die Teilnehmer der rund 40 Rennstelle dabei unterschiedlichste Taktiken zurechtgelegt. Man muss ein bisschen so mit dem Kopf vorausschauend denken, wie man welche Kurven nimmt, dass man so wenig wie möglich Geschwindigkeit kaputt macht. Wenig bremsen ist immer gut, rund, man darf ja nicht rutschen, also jeder Rutscher kostet und ja, also wenig driften und dann rund fahren, dann geht's schon. Es ist echt schwierig auf so einer Strecke dann auch schnell zu sein, deswegen sind ja auch die, ich sag mal, Profis auch noch eine gute Sekunde oder ein bisschen drunter, sind die noch schneller. Ischgl konnte sich beim zehnjährigen Jubiläum der Kart Trophy einmal mehr als Alpen-Lifestyle-Metropole in Szene setzen. Neben Spaß und Ehrgeiz stand dabei auch der gute Zweck im Vordergrund. Dieses Jahr steht ja alles unter dem Gedanken Herzrasen für Herzkinder. Das Projekt Herzkinder Österreich wird unterstützt. Finde ich einfach eine ganz tolle Sache bei so einem Event, wo viele Prominente dabei sind, die auch irgendwie eine große Streuung haben, einfach nochmal für das Projekt fahren. Also man kann sich hier so einen Teddy erwerben, es sind dann 50 Euro und die werden voll an die Organisation gespendet. Und ich glaube, jeder hat in der Familie irgendein Kind, der sich wahnsinnig über den Teddy freut und die 50 Euro sind, glaube ich, mehr als gut investiert.